Die Rallye Köln Historic Die knapp 260 Kilometer lange Ausfahrt führt die Teilnehmer vom Kölner Tanzbrunnen durch den oberbergischen Kreis bis in Sauerland. Unterwegs absolvieren die Fahrer insgesamt zwölf Gleichmäßigkeitsprüfungen. Unter anderem auf einer der ältesten Kartbahnen Deutschlands, dem oberbergischen Go-Kart Ringhahn in Reichshof und dem privaten Regionalflughafen in Mainatshagen. Auch wenn der Wettergott in diesem Jahr kein Freund der alten Autos ist und vom Start an Dauerregen und laubbedeckte Straßen eine freie Fahrt behindern, erreichen die Fahrer am Nachmittag gut gelaunt das Ziel am Kölner Tanzbrunnen. Ein Wiedersehen der Oldtimer-Freunde gibt es auch im kommenden Jahr. Die vierte Auflage der Köln Historic startet am 22. September 2018, hoffentlich bei besserem Wetter.